hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren online tutorial bei dem ich den timer baustein ne555 vorstellen möchte der timer baustein ne555 sieht so aus hat acht beine vier sieht man davon hier vier sind auf der anderen seite der timer baustein an sich hat erstmal so keine funktionalität das heißt er funktioniert nicht dadurch dass man ihn einfach an eine spannungsquelle anschließen und man muss ihn von außen beschalten und um zu verstehen wie er beschaltet wird muss man den inneren aufbau des timer baustein zu verstehen hier ist einmal eine eine schaltung des internen aufbaus gegeben ganz zentral ist hier das flipflop ein rs flipflop mit dem zustände die am anfang eingegeben werden am ausgang gespeichert werden können so ein rs flipflop hat zwei wesentliche eingänge der eine eingang ist das ist der s eingang zum setzen es für set und der andere ausgang eingang ist der eingang für reset mit dem kann der ausgang zurückgesetzt werden die besonderheit bei diesem rs flipflop im ne555 ist die dass der ausgang noch einmal negiert wird das heißt wenn ich den flipflop setzte das heißt beim normalen flipflop würde der ausgang high sein aber hier dadurch dass integriert wird setze ich den im prinzip auf low und mit einem reset also wenn ich an dem eingang reset ein high eingeben dann setze ich den ausgang auf high gut schauen wir uns die nächsten bauteile innerhalb des in den 555 einmal an der ausgang des flipflops wird einfach auf einen verstärker gesetzt auf einen invertierenden verstärker der also dieses signal noch einmal invertiert und dann hier an dem anschluss nummer drei nach außen raus gibt unter anderem wie der ausgang aber auch noch mal verwendet um hier einen transister zu steuern also ich habe man die möglichkeit den pin nummer 7 entweder mit masse zu verbinden oder falls der transister sperren sollte den entsprechend offen zu lassen so am eingang des flipflops befinden sich die ausgänge zweier komparatoren komparatoren vergleichen im prinzip die beiden eingangsspannungen der komparatoren und zwar sieht das so aus gucken uns den oberen komparator mal an wenn die spannung am positiven eingang größer ist als die spannung am negativen eingang dann wird ein hohes signal also ein high level entsprechend hier ausgegeben und damit der reset eingang gesteuert und wenn das negative der negierte eingang ein höheres potenzial aufweist als der nicht negierte eingang hier unten dann wird ein low signal ausgegeben das heißt das flipflop wird dann nicht angesteuert hier entsprechend genauso wobei man darauf achten muss dass hier die eingänge vertauscht sind das heißt der nicht negierte eingang ist hier oben und da entsprechend unten ein beispiel wie sowas aussieht wie man so ein ne555 beschalten kann man schaltet hier vorne am eingang an dieser widerstandskette sind drei widerstände in reihe geschaltet schaltet man eine versorgungsspannung an hier oben die positive versorgungsspannung und hier unten entsprechend den masseanschluss so dass man im prinzip diese spannung die man hier anlegt in drei teilspannung aufteilt beispielsweise werden wir gleich mal uns das beispiel angucken eine versorgungsspannung von 6 volt dann haben wir hier dadurch dass wir drei widerstände haben die widerstände gedrittelt so dass wir hier ein potenzial von 4 volt haben an dem punkt und hier ein potenzial von 2 volt und diese beiden potenziale schalten wir letztendlich auf die komparatoren das heißt wir können mit dem oberen komparator an dem punkt an dem pin 6 die spannung mit 4 volt vergleichen und mit dem unteren komparator an pin 2 die spannung entsprechend mit 2 volt vergleichen gut wie sieht das aus gucken wir uns nochmal an was wir aufschalten können zum beispiel wenn wir hier unten eine spannung von größer 2 volt aufschalten dann ist das ist das ist der invertierende eingang mit höherem potenzial versehen als der nicht invertierende das heißt ja im limitierenden eingang haben eine höhere spannung als hier oben als diese 2 volt das heißt wir schalten den aufgang den ausgang auf low und haben somit keine auswirkung auf den flipflop ist also nicht ganz so interessant interessanter wird es wenn die spannung kleiner als 2 volt wird wenn die spannung am p2 kleiner als 2 volt wird dann haben wir hier an dem nicht im mit ihren eingang eine höhere spannung als hier unten im mit ihren eingang das heißt wir schalten den ausgang auf high und damit setzen wir den flipflop und zwar dadurch dass wir noch das signal invertieren setzen wir den flipflop im ausgang auf low diese ausgang des flipflops wird über diesen invertierenden verstärker nach außen gesetzt das heißt wir haben hier außen ein high potential und außerdem wird dieses signal noch auf die basis des transistors gelegt und der transistor sperrt dadurch das heißt der versperrt und der pin 7 hängt sozusagen in der luft ist also nicht mit masse verbunden ok schauen wir uns das beispiel mal für den oberen komparator an wenn wir hier eine spannung von kleiner 4 volt haben dann ist hier am nicht invertierenden eingang eine kleinere spannung als hier wollt das heißt wir haben hier am ausgang ein low signal das heißt hier wird nichts zurückgesetzt an dem flipflop das heißt der interessante fall ist wenn wir eine spannung von u gleich größer als hier wollt haben das heißt wir haben hier am ausgang ein high signal wir setzen das flipflop also zurück dadurch dass wir hier invertieren setzen wir im prinzip den ausgang auf high dieser ausgang wird nach außen fortgeführt über den invertierenden verstärker das heißt wir haben hier ein potenzial low und dieses potenzial wird letztendlich an die basis des transistors gelegt die basis basis in der spannung ist also so groß dass der transistor leitet und legt entsprechend diesen pin 7 auf masse hier wird also entsprechend durchgeschaltet gut das gucken wir uns gleich mal in einem zweiten video an für den a stabilen multivibrator dort wird entsprechend die schaltung genutzt um letztendlich so eine stabile kippstufe also eine blinker schaltung aufzubauen